Seht her! Ich bin ein Kelpie! Ein was? Ein übernatürliches Wasserpferd aus schottischem Volksglauben! Was machst du in meinem Apartment? Entweder bin ich hier, um euch Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren, oder? Um euch zu ertränken! Was denn nun? Keins von beiden! Ich war in der Stadt wegen einer Tagung, aber jetzt brauche ich einen Platz zum Schlafen! Okay... Darf ich heute Nacht hierbleiben? In meinem Apartment? Wir haben einen gemeinsamen Freund! Aaron! Er sagte, du wärst cool! Das ist dein Einzelzimmer, ich habe nur ein Bett! Wenn du mich bleiben lässt, gebe ich dir Michael Jacksons Handynummer! Michael Jackson ist schon tot! Ich kann auch meine Größe ändern! Komm da raus! Tut mir leid! Hör mal, du kannst nicht hierbleiben, ich erwarte Gäste! Freunde? Uh, ich hab einen Freund! Ach du Scheiße, ist das ekelhaft! Fass ihn nicht an! Er hat emotionale Probleme! Du hast ihn angefasst! Ist das eine ausziehbare Couch? Verschwinde! Jetzt! Aber Aaron sagte, du wärst cool! Okay, mir reicht's! Ich rufe Aaron an! Nein, ruf ihn nicht an! Raus aus meinem Haus! Du hast weder Michael Jacksons Handynummer, noch stimmt das mit Aaron! Zudem bezweifle ich, dass du überhaupt existierst! Du hast meinen Freund getötet! Oh Kumpel, tut mir leid! Ja, tut mir wirklich leid! Nicht weinen! Hör auf zu heulen! Hör mal, es tut mir wirklich leid! Ich erlaube dir hier zu übernachten! Ich bin zufrieden! Aber, wirklich! Für eine Nacht, okay? Oh, prima! Ich sollte dir vielleicht doch sagen, dass ich Aaron ertränkt habe! Was? Die Partygäste sind da! Die Partygäste sind da!